Willkommen zurück zu Let's Play, Darksiders 2. Ich laufe und es ist dunkel und die Wurzel des Verderbens. Ja, du hast mich gerufen? Und Quell der Seen, Quell der Seen. Hast du dich jemals gefragt, Tod, warum du unberührt bleibst, während alle anderen vergehen und in die Fänge des Verderbens geraten? Könnte es sein, dass du bereits von der Sünde des Verrats verfinstert bist? Wie kannst du das besiegen, was in deinem eigenen Herzen gedeiht? Du kannst mich nicht aufhalten. Ohne deine Seele führt immer zu verdammen. Dann soll es so sein. Hallo. Hi. Avatar des Chaos. Bambambambamb. Jürgen, ich hatte eben erst einen netten, nicht netten Kampf. Spür die Macht, die du geboren hast. Ich brauche mehr Zahn. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ich wollte auch nicht auf das Pferd. Du musst geläutert werden. Nee, ich will nicht geläutert werden. Nicht genug Zahn. Hallo, hör auf! Das tut weh. Was denkst du dir dabei? Du bist schwach geworden, Bruder. Ich bin nicht schwach geworden, Bruder. Aua. Aua. Junge, das tut weh. Findest du? Ey, mein Fuß! Ups Kotz mich nicht an Aua, 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 aua Aua, aua, aua Du musst geläutert werden Ne, ich will nicht geläutert werden, das könnte weh tun Ach, frisst das Verdammte Scheiße Hat er sich gerade geheilt? Hat dieser Aua Aua, aua Ey, ich will nicht springen Das kann ich alleine Doch, genug Zorn Und zeige mir selbst Alle weg hier Bam Bist du gerade kleiner gewonnen? Bist du jetzt mein kleiner Bruder? Bäm, 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 bäm Aua Ich sagte Bäm Und ich Aua Eigentlich Spür die Macht, die du geboren hast Ja, immer bin ich schuld, ne? Normal, wer hat denn? Eher Nein, ich nicht Ich sagte eher, nicht du Lass mich los Du musst geläutert werden Nein, muss ich nicht Auch ein näher Zorn Hm Schon wieder kotzt er mich an Rieperform Bäm, ein Arm ab Ja, wechseln Ja, ich gebe meine Sänze wieder Danke Tut weh, ne? Ich habe meine Sänze losgelassen Verdammte Scheiße Ich habe keinen Bock mehr auf die Nimm wieder meine Hand, Bruder Danke für meine Hand Nimm wieder meine Hand, mein Bruder Meine Sänze Der große Boss Ein Spaziergang Die vier meiner Brüder Vier meinen Brüder Bruder Ich habe Absalom getötet Das Verderben aufgehalten Ich stehe endlich am Quell der Seelen Und weiß nicht, was ich als nächstes tun muss Es ist ganz einfach Trotzdem äußerst schwierig Ich bin nicht in Stimmung für Rätsel, kein Vater Du kannst die Macht des Quells anzapfen, um zum Reich der Menschen zu gehen Oder die Nephilim wieder auferstehen lassen Doch die Entscheidung für das eine Verdammt das andere Auf ewig Heidi Mein Bruder Krieg Ich würde ihn vor allem beschützen Damit die Menschheit zurückkehren kann Er fordert es ein Opfer Hm So entstand Leben Aus dem Tod Und die Saat der Menschheit war wieder ausgesät Doch Todsreise war noch nicht beendet Und schon wieder ist es komischerweise leise Okay Krieg, Tod Und wer sind die anderen beiden? Ahmet und Achnet Du hast du ich Jupp Wird ja auch mal Zeit Man, vielleicht, wenn ich Wenn ich mal so rechne Irgendwie 50 Parts vielleicht Wenn man sieht, was andere Leute Innerhalb von 100 Parts macht Oder so Ja Meine Maus ist genau auf deiner Maus Na Ey Wo steh nicht immer wieder hoch Maus Herr Maus Frau Maus Kinder aufs Maus Na 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 was sagst du Timer 11 Minuten noch Das sind 3 Stunden vergangen Dann sind 20 Minuten Okay Aufnahme vorbei Nein Das ist das erste Spiel, wo ich glaube ich die Credits durchspielen lasse Ne, das zweite Wenn man noch den 6 Das 6 Part Spiel Berücksichtigt Ein Spiel innerhalb von 6 Parts durchgespielt Ich glaube ich bin sogar ein Spiel durch mit 4 Na gut, das beste war immer noch ein Spiel in 1 Part durchgespielt Das kann niemand toppen Weil Wie soll man weniger als 1 Part nehmen? Vielleicht von der Zeit aber Ja okay, das ist Das ist was anderes Aber ich denke mal der, wo mit der Zeit Gewinnen würde Der hat das Spiel glaube ich nur durchgemacht Einmal Weil man ja bei dir den Weg raussuchen musste Bei einem Weg habe ich ja schon 20 Minuten gebraucht Sonst wäre ich ja mit 1 Stunde glaube ich Oder 50, 40 Minuten Irgendwie sowas Ja Auf jeden Fall 20 Minuten weniger Da hattest du es ja noch einfacher Weil es hat War lustig Muss ich sagen Ja Lewis Norris? Ist das Chuck Norris drin? Dum 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 Ich will wissen was nach den credits kommt Und deswegen gucke ich sie mir an Ich könnte sie auch überspringen Aber ne Ich kann nicht jedes Mal die credits überspringen Aber warum nicht? Weil Und Ja Warum doch? Weil ich nur dein schlaf Alptraummodus freigeschaltet Möchten sie ein neues Spiel plus beginnen? Dies wird ihren Speicherstand überschreiben Um noch verbleibenden Nebenaufgaben zu vervollständigen Wehen sie nein Und kehren sie zu ihren letzten Speicherstand zurück Und dann tue ich schwer Na Ja Einmal durch bin reicher Es ging ja um die Story ziemlich So verlief die Reise bislang Ja Wo stehe ich? Achja Ich komme gerade der Seelen Also Okay Würde ich sagen Und wie kann ich Muss ich das dann nochmal durchspielen? Wahrscheinlich Spielbär Ja Ich glaube es war es doch noch nicht mit den AP Okay Wo bin ich? Ich muss alleine gehen Am Gipfel Was mache ich hier? Den Part beenden Denke ich mal Äh Es sind noch keine 20 Minuten Warum hast du mich hergerufen? Du handelst mit Worten wie Ah Gandalf Ah ja Du gibst wenig Und nimmst viel Wie wär's hier mit Für einen Moment deiner Zeit Gebe ich dir eine Geschichte Und eine Chance Ich höre Bevor der Fürst der Knochen Auf dem ewigen Thron saß Gab es einen anderen Noch älteren König der Toten Sein Name war Argul Argul der Verrückte Man hat mich gerufen Argul der Verrückte Ja ich bin hier Äh 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 Kopf hat geknackt Außer einen Detail Glückwun Denk den behindert Nix neues Glückwun Das ist ja offen Warum wurde Argul betrogen? Was sollst du mir noch über Argul sagen? Nun Man hielt ihn für völlig verrückt Ja mich auch Das ist nichts neues Nur weil man verrückt ist Hat das nichts zu bedeuten Deswegen ist man nicht gleich cool Sieht man an mir Ein bevorstehende Finsternis Wie sich in den Reifen von Gott tot ausbreitet Der gehört nicht zu den coolen Kids Nein Er sprach von Leitern Was wurde aus Argul Ich sag einfach okay Und ich schüttel mit dem Kopf Okay Wer das auch mitmachen will Kann mitmachen Handeln Was hast du denn so für Scheiße Große Scheiße Noch größere Scheiße Viel zu viel Scheiße Verdammte Scheiße Ich möchte Wir müssen diese Welchen Nutzen hast du von all dem Händler? Das geht dich nichts an Wisse Stattdessen dies Im Gegenzug für die Auslöschung der Quelle von Arguls Macht Kann ich dir eine große Belohnung anbieten Was ist für dich eine große Belohnung? Mein Freund Ich bin nicht ein Freund Alter Er ist alt Er ist alt Ich nicht Ich weiß nicht wie alt ich bin Ich habe eine Maske auf Aber ich hätte ihn am liebsten einmal ohne Maske gesehen Er hätte sie ja einmal abgesetzt wie du gesehen hast Aber da haben sie ihn nicht gezeigt Verdammte Scheiße Hallo Bis dem Feuer endlich Wie du Vielleicht sogar ohne Gesicht Dann wäre es aber nicht ohne dich Dann wäre es aber nicht ohne dich Äh, nicht wie du Äh, wo ist der Unterschied? Das wäre da besser auch nicht Hm, eine Schnauze? Nur weil du weg hast? Ja Ich lege ein bisschen auf Warum? Meine Augen ausruhen Ich habe heute noch nicht pennt Tja dann Fick dich Ja, ich weiß Fick dich hart Ich melde mich nochmal in 15 Minuten oder so Hallo Wenn ich nicht eingewartet bin Dann gibts Ärger Ich weiß nicht, was mein Handy nur Verdammt Ach ja Raaah Mann Tee Ich gucke auf die Uhr Wenn der Part beendet ist Ruf ich dich an Und ich geh ran Achso, erstmal Ja, das würde ich auch mal machen Ja, mal weg, ne? Ruh Da ist nochmal wieder gesturmen Mmp Ey, das Ding ist immer noch offen Na, ich lege viel auf und dann ist noch ein paar Bähnen, ne? Naja 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 Na Leute, wie erwischt, wie erwischt Ja Also bitte, naja So Oh Nein, ich hab schon wieder einen Trank gesorgen, den ich nicht wollte Und warum Weiß ich selber nicht Biu Schattenbomben können Verwendet werden, um Kristalle Wegzubomben, meint ihr die? Nö Um Verderbenskristalle Oh Hm, mhm Hm Hm Eee Paswadaß Obwohl Obwohl So Öffnen Tränke Ups Unmöglich Ich kann nicht Hm, okay, dann kannst du halt nicht Das solltest du nur nicht so laut haben Aber wie zur Helle Oh 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 Sind aber die gemeint Nö Hm Hm Verderbenskristalle Ähm das sind doch kristalle oder nicht mal rüber oder etwa die blauen kristalle sind nicht gemeint habe mir sicher oder wie soll ich jetzt überhaupt zurückkommen naja sowas auf jeden fall nicht geplant da bin ich mir sicher ja also ich würde sagen wie immer wenn es euch gefallen hat geben daumen hoch lasst konstruktive kritik da und haut raus